Hey ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Video ist ein ganz wichtiges Video, nämlich werde ich die Auslosung vom Gewinnspiel zeigen. Tatsächlich haben sich alle 18 Teilnehmer nur über Instagram gemeldet und keiner über eine E-Mail-Adresse. Alle weiteren Infos erfahrt ihr aber im Laufen des Videos, deswegen starten wir auch jetzt. Alle Teilnehmer habe ich natürlich aufgelistet. Alle Kleintierbesitzer habe ich dann in eine Schüssel getan, die die Kaninchen umwerfen sollten. Dabei ist dann die liebe Stupsnavenretterin rausgekommen. Sie hat das Kleintierpaket gewonnen. Wenn ich ehrlich bin, hatten die Kaninchen überhaupt keine Interesse, die Schüssel umzuwerfen. Also hat das Glücksrad entschieden, wer das so eine Paket bekommt. Der Sieger war dann Mala My Love. Tatsächlich hatten nur Chiara und Alina Interesse an Katzen zugehören. Wegen dem Problem der Kaninchen habe ich dann mit geschlossenen Augen einen Gewinner gezogen der beiden. Die liebe Chiara hatte leider ein bisschen mehr Glück. Ich hoffe, die anderen Teilnehmer sind nicht enttäuscht und haben sich doch über eine Teilnahme gefreut. Eigentlich war es dann auch schon mit dem Video und werde nur noch die Pakete verpacken und verschicken. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.